Sieht das relativ seltsam aus. Vor allem weil ich kann leider nicht hier dran. Ich müsste da wirklich nochmal auf selber Höhe. Wer dachte, dass einigermaßen noch was aussieht. Das so machen. Äh... Nein. Ups. Ich bin gerade verwirrt. Ich kann auch solche Rampenenden machen. Okay. Genau das Rampenende, das bräuchte ich doch. Man muss sie nur oft genug drehen, dann verändern die ihre Form. Äh... Ich brauche noch eins von denen. Genau. So. Das würde jetzt als Brunnen durchgehen könnte man sagen. Okay. 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 Das würde aber wahrscheinlich auch komisch aussehen, wenn ich es so machen würde. Also jetzt nochmal von hier nach hier. Ja. 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 Fägerlich. Hier würde die Höhe dann wahrscheinlich nennen. Ja. Aber auch hier hätte ich das Problem. Ich könnte... Hm. Also ja, das wäre ein ziemlich großes Dach. Und mit den Dingern sieht das ziemlich komisch aus. Hm. Ach, jetzt hauen sie doch hier unten wieder Dinger raus. Machen sehr krumme Zahlen wieder in unserem... Merlons helfen mir auch nicht viel. Könnte das Ding mir helfen? Nein. Das hilft leider auch nichts. Das muss ich trotzdem befestigen. Ah, das macht auch kein schönes Dach. Hm. Okay, lassen wir das erst mal gut sein. Lassen wir das jetzt mal gut sein. Ich durchschaue dich. Dann läufst du wieder irgendwo hin, wo du nicht sollst. Das soll nicht sein. Also... ... ... ... ... ... ... ... Ich meine, wir können auch mit Bäumen rum experimentieren, so ist es nicht. Also mit Baumstämmen. Aber selbst das dürfte nicht sonderlich gut aussehen. Es gibt halt wirklich auch keine Möglichkeit. Ne, das zu erhöhen. Ne, das zu erhöhen. Ja, so könnte ich ein Steindach bauen. Aber das wäre da ein verdammt massives Dach. Vor allem sieht es ab jetzt dann komisch aus. Was bringt eigentlich das hier einem? Na gut, da könnte man zwei so hin machen. Na gut, da könnte man zwei so hin. Na toll, sieht aus wie ein Schwimmbecken. Oder was ähnliches. Aber es hat mich auf eine Idee gebracht. Jetzt vergessen wir mal kurz, wo die Tür hinkommt. So, da machen wir jetzt das hier hin. Nehmt diese Dächer. Okay, das sieht immer noch komisch aus. Okay, das sieht immer noch komisch aus. ne schade geht nicht so wie ich es mir gedacht habe was wir das hier irgendwie außenrum noch auskleiden können mit den dingern hier und ich nehme mal an die können wir nicht einfach so dran flanschen nein okay das war jetzt der einfall so viel dazu na da haben sie schon wieder schon ein paar löcher rausgehauen die jungs an den seiten na ja muss ich es dann halt mit geraden dächern machen die irgendwie nach danach einigermaßen noch was aussehen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020